so da sind wir auch schon wieder bei gothic 2 an der letzten folge sind wir von jahr kinder zurückgekehrt als stopp vorher speichern aber nicht viele dietriche ja dann haben wir abgeschlossen ganz kurz rechts links 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 rechts links 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 rechts links 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 junge moment bevor ich jetzt vergessen da kommt schneller rechts links rechts links 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 so ja letzte folge haben wir das addon abgeschlossen raven haben wir in den abgrund der hölle geschickt er wird jetzt kein schaden mehr anrichten die klaue belias haben wir ihm abgenommen und da werden wir uns gleich darum kümmern dass wir die mal anlegen können werde ich wohne in die kanalisation gehen noch neun mal beten ein gunst haben wir schon jeweils ein maler dafür opfern dann gucken wir mal was das schwer zu drauf hat man nein speichern so rechts links links rechts links links rechts links links rechts rechts links links rechts links 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 rechts rechts links links rechts links 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 wo ist mein büchlein wo habe ich mein buch scheiße und heulen so rechts links links also rechts links 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 rechts rechts links rechts ok rechts links links rechts links rechts links 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 rechts jesus christus neu laden bisschen mehr geschickt wäre ja schon ganz nice so rechts links links rechts links rechts links rechts rechts links rechts rechts links 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 rechts links links rechts ist einfach die gleiche für den krepp hier gut der heiltrank ist ganz neues aber na gut wie viele die triche haben wir lade ich neu lade ich nicht nur die triche die triche die triche die triche die triche dann können wir jetzt runter ja also wie gesagt wir werden gucken dass wir diese folge die claude belias angelegt bekommen oder zumindest in der lage wären sie anzulegen je nachdem wie gut sie ist wir haben elf lernen 15 sogar theoretisch fünf stärke oder fünf mal ein hand glaube ich noch weiter runter wir können wenn wir zurück richtung stadt gehen noch mal links in den wald rein wo wir die goblins gesehen hatten letzte folge könnten wir noch machen und wir sind ja im zweiten kapitel und hier waren wir noch nicht im zweiten kapitel richtig könnten wir haben schon theoretisch gesagt könnten wir auch wieder eine große tour drehen und alles killen wird uns vor die davor die flinte nicht aber fortschwert kommt hier also in der richtung im wald glaube ich auch noch zwei trolle hat wer noch eine überlegung wert in ja da haben wir auch den troll gelegt und die geben gut ep und gegeben fälle wo geht es hier links überhaupt hin zur gefängnis kolonie das stimmt doch gar nicht den weg kenne ich noch gar nicht könnten wir auch mal lang gehen wir könnten sowieso am hafen mal aus dem anderen ausgang daraus gehen da waren wir glaube ich auch nicht weil ich ein bisschen stümperhaft als wir unsere als wir die lange folge hat nicht glaube folge 26 war dort oder so hat hier ist ja jetzt schon folge 55 oder so ich weiß nicht ganz ehrlich ich habe zwar vorhin also bevor ich die letzte folge aufgenommen hatte habe ich noch mal ein verzeichnis aber habe ich schon wieder vergessen speichern schon mal da steht noch eine kraut rübe glaube ich ach traut rübe drübe drübe so doblinsche will sie sehr schön so lupen müssen wir die eigentlich nicht so hier ist noch kleiner lederbeutel und mit ruhe die ausnahmsweise mal offen ist 20 gold und man mit so wo sind wir muss man am ende von dem gang hier von dem weg ist ich bin neugierig will gucken will looky looky machen hat ist da oben gibt es da was ein bisschen nach viecher ausschau halten sehe ich aber bis jetzt keine ich speichere mal nochmal ok ich sehe ein paar einfache goblins die machen mir jetzt eher weniger angst ja komm schnauze halten ok 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 da sind noch mehr goblins drin langweilig gut hier ist eine truhe die ist offen elf gold also wenn man elf gold braucht man braucht ja gerade am anfang das geld am anfang sind elf gold ja schon ein bisschen was beim besten willen da kriegst du noch keinen goblinkrieger kaputt so werden hat jetzt 100 gold gewesen ok naja gibt hier oben was hopp jo schön hechtsprünge machen ne wie heißen die weiß ich nicht ich bin fett ich kenne mich mit sport nicht aus so hopp hopp gut hier gibt es einfach mal nisch so am besten jetzt hier nicht runter segeln ja ja sehr schön na gut einfach mal so ein turm wieso nicht so da lang geht es jetzt richtung min kolonie oder ja ja na wir gehen erstmal in die stadt zurück gucken dass wir das schwert angelegt bekommen und vielleicht grasen wir dann mal die area hier das gebiet ab theoretisch müsste ich doch auch hier lang gehen können wir vielleicht treffen wir da schon auf so ein zwei vier großartig irgendwas wovor wir angst haben müssten dürfte es ja nun nicht mehr geben ein pfeil kurzbogen den feuerball nämlich mit nice 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 meine güte schnuppen es ist dann einmal draußen gewesen schönste zuerst schönste wetter kommen ist raus fängt an finde ich zu werden fängt an zu regnen und zack hast direkt wieder ein schnuppen weg naja stein kraft und schütze 2 na gut wir sind zwar kein bogenschütze aber nimmt man mit treffen mit dem bogen plus hier in noch einen karen eine höhle sitzt einer drinnen und weiß ja nie doch der hat gar nicht so wenig schaden gemacht so naja sind zwar bei der miliz und haben eine scheiß rüstung aber wir können jetzt trotzdem ein bisschen mehr austeilen so gibt es hier ich sehe einen lederbeutel ich sehe ein paar schafsfälle da ist eine truhe so links rechts links links rechts zwei dietrichen na gut und ein schinken alles klar und gegen ein gegen so und mir glaubt ihr auch nicht einfach eine höhle mit ein paar banditen noch und dietrich so wie gesagt jetzt richtung kanalisation dann neun mal schlafen neun mal beten neun mana opfern fischsuppe geben wir die fischgruppe und dann mal gucken was das schwer billers denn so kann spring ruhig ein bisschen nur mehr hier ist gar nicht kommt man schon auf das schiff auf eine ahnung für inneres ich will auch paladin werden oder ich will wenigstens die schwere miliz rüstung haben oder die großen miliz rüstung oder wie auch immer die heißt weil wir machen zwar jetzt angenehmen schaden aber wir halten halt nicht aus mit der vielleicht können wir nach ist noch gescheitzt und wir gegenseit der berge alle erledigt haben wegen der verschwundenen leute ich habe einige vermisste leute retten können ich habe gewusst dass du es schaffen würdest dann kann ich mich jetzt ja endlich um einen eigenen kram kümmern ja womit ich bin ich unsere 15 lernpunkte investiert weiß ich immer noch nicht so ganz meinen augen sind 15 lernpunkte für fünf stärke halt schon extrem viel gleichzeitig müssten wir dann aber auch schon wieder einen ring nicht anlegen den ring slot könnten wir dann wieder für was andere benutzen zum beispiel schutz vor waffen so will ja schreien so ich trink mal kurz was x hier des lebens nur nehmen wir mit so sonst noch irgendwas an besonderen tränken nö so dann trinken wir mal einen hiervon und einen hiervon speichern schlafen hatten wir glaube ich schon der jaja jaja beten ein maler punkt und das bringt immer 500 gold und wir haben 3300 gold mache ich denn hier eigentlich ich habe doch das schafs ich kann auch direkt vor pen ja das machen wir jetzt noch acht mal schreibe ich mir mal kurz auf da wird jetzt zweimal gemacht im ausruhen bis zum nächsten morgen so nehme ich mal wieder mit ja kommt nix bill ja ruhe und noch mal wieder 500 gold also wenn das jetzt jedes mal so geht dann sind wir nach erreicht jetzt sind ja dann 5000 gold die wir von ihm bekommen so bis zum nächsten morgen dreimal gemacht so ja 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 beten das machen wir jetzt bis da zehn gunst steht und dann verbessern wir die klaue belia und dann mal gucken was die denn so an schaden macht ausruhen bis zum nächsten morgen also du machst denn hier ja 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 und noch mal wie oft kann man das machen man bekommt doch dann nicht immer 500 gold da muss doch irgendwann caps sein sonst uns bietet sich ja dumm und dämlich ausruhen bis zum nächsten morgen mitnehmen beten ein goal ein größer wie schon ein mahnach aber dann ist dazu so wieder beten so mächtige zauber für dein glauben an belia erhalten auch keine mächtigen zauber lassen wir in ruhe ausruhen bis zum nächsten morgen mitnehmen beten ja 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 und wieder ein mahnach so schlafen ab und ruhig ein bisschen schneller gehen ausruhen bis zum nächsten morgen hoch mit dir so belia beten einmal ab und ende warme schafsfell haben wir ja gleich geschafft ist jetzt glaube ich das letzte mal dort gebeten müssen bis zum nächsten morgen jetzt stehen wir schon in der statue drin nimm das schafsfell mit junge so und noch ein mahner punkt fünf leeren punkte für den glauben an belia erhalten 7300 gold fühlt sich fast ein bisschen widerlich an so das haben wir dann schon mal ich weiß nicht ob man jetzt nochmal schlafen muss weil da stand ja eben gerade noch neuen kunst ich schlafe einfach nochmal so ja ja ruhe so die klaue belia verbessern lebensenergie minus 40 wir haben 3471 lebensenergie glaubt da ist ein kleiner fehler drin wo ist die klaue belias einhandwaffe 97 schaden ja wohl auch da kein anlegwert das ist ja dann übelst gut ich probiere mal wenn ich jetzt alle ablegte ja dann können wir jetzt ein bisschen auf schutz gehen hier mulette kriege ich will mal vorher gucken jetzt haben wir schutz vor waffen 52 so so und so genau so 52 92 40 oben drauf das schmeckt alles klar kann man mal machen jetzt haben wir eine krasse waffe wir haben mehr schutz als mit der mit der rüstung hier theoretisch mit der rüstung hätten wir noch mal um längen mehr gut ich wollte ja noch mal gucken ob wir mal die schlauende kreatur geplättet kriegen die aufgabe hatten wir von wie heißt der garten bekommt und dem jäger der dabei bänger auf dem weiden plateau mehr kriegt ja gut dann halte ich jetzt den mund hallo wenn wir mal aufhören über mich zulässer ja das stimmt wohl so einmal aufmachen oder gibt es vielleicht noch irgendwie was wir sonst machen könnten vielleicht mal zu andere gehen vielleicht hat er noch was zu sagen vielleicht kriegen wir bald mal eine bessere rüstung wir werden damit so an sich lernt junge junge ich glaube ich werde jetzt zwischen dieser und nächster folge werde ich wahrscheinlich mal wie weit man da treiben kann mit dem mit dem bl ja schreit wie oft man das machen kann was man da noch so bekommt vielleicht schneide ich das dann vor die folge einfach in der timelapse ich habe einige der verschwundenen noch mal 600 ep ich hatte mich schon gefragt wo du dich die ganze zeit herum getrieben hast du bist angehöriger der miliz du hattest keinen befehl zu so einer aktion ich habe wie viele leute hast du gefunden alle die noch am leben waren alle ich stolz auf dich ich bin froh bei uns aufgenommen zu haben hier ist dein sollt das war eine große tat besser ist doch so alles erfülle ich habe keine aufträge von dir du nudelkopp ich will eine bessere rüstung wo kriegt ihr und wolf gar nicht leicht von ihm hier von dem wie heißt der pablo oder so oder pack auch gut alles klar bei der miliz gibt es nur lappen gut was machen wir jetzt das ist die hauptwest neben quest neben quest hauptwest ja ich könnte jetzt natürlich noch mal dieser stadt die über kämpferische fähigkeiten verweilt die schnauze angehalten der königlichen miliz beizutreten wir könnten jetzt natürlich noch mal zurück ins addon gebiet gehen damit ich paschen diebstahl lernen kann allerdings unser geschicklichkeitswert dafür sowieso so hat uns hat wahrscheinlich gar nichts bringen würde na gut hallo noch was zu sagen wie ist die zurzeit ist es ruhig nur die bandit dieten vor der stadt sind nur so gut wie alle tot boss war genau hell abgeben hell abgeben hätte ich ja fast vergessen er wird uns jetzt erst mal wieder an meckern hast du dich schon wieder so lange rum ja 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 halt die gusche wenn die orcs uns tatsächlich belastet es gibt nur ein schiff gibt es keine andere nein ohne ok ja ich habe hier ein paar fälle für dich schafsfell du hast doch nicht etwa bei irgendeinem bauern die schafe auf der weide abgeschlachtet nein wurde mir nie im traum ein wolfsfeld das ist gut fell von wagen zähe biester sind das sogar das fälle eines schattenläufers ist eine menge wert was zur hölle ist das für ein feld das habe ich einem troll über die uhr angezogen das ist ein halbes vermögen wert gute arbeit wenn du mehr hast kommt zu mir zurück ich will gar nicht ins inventar geht 10.566 gold haben wir jetzt ich weiß auch schon wie ich die investieren wert und zwar ob wir ziele der rüstung genau heiltränke all jeder der hier irgendwas an heiltränken verkauft wird komplett mitgenommen so bostmann verkauft logischerweise keine vielleicht der magier hier noch nicht der magie aber der das magier zeug verkauft vielleicht verkauft ja auch pränke hallo hast du sonst noch irgendwas interessantes aber das ist nicht was ich gerade will ich will heiltränke konstantino nächster anlauf ich habe der wert für uns viel stärker haben wir jetzt eigentlich noch 71 na gut mitnehmen 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 reine lebensenergie na gut alchemie wollte ich jetzt eigentlich nicht lernen und zuletzt entstand ja aber was so hast du noch was zu verkaufen also schon aber keine tränke dann jetzt noch mal zu zures dann vielleicht noch mal oben zudem im oberen viertel hier heißt er soll andere ich weiß es nicht das weiß doch inzwischen so ist er arbeitet auch den ganzen tag und er hat ja noch special tränke hier tränke der geschwindigkeit hat er auch in dem die erst mal mit ich glaube da nicht dran die und wie sie das anders 1 2 1 5800 halten aber ich glaube dort ist es wert so jetzt haben wir nur noch 3000 gold nur noch in anführungszeichen aber das klopfen wir uns jetzt mal alle 33 geschicklichkeit 20 leben 5 maximales mana drei stärke und die trinke nicht so so tränke habe ich bei ihm gekauft die hoher noch tränke ich glaube nicht relevant kein geheimnis mehr ist du noch was alter oder des rings und handelspartner der banditen so waffen brauchen wir keine was mit dem vogel was willst du ja dann gehen wir jetzt noch mal hoch zu salandria ist der salandriel ich glaube auf jeden fall zu dem alchemisten im oberen viertel noch mal mehr tränke verkauft dann haben wir das voll zumindest relativ gut eingesetzt kann der mal aufhören zu sappeln er hat sich das jemals ändern er hatte glaube ich auch nur so ein bisschen er hat nur irgendwelchen krepp was sagen nicht das heißt du nicht geboren so vorwache zu der brand der größte arsch im obersten viertel so kommt hier kette 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 schneller vielleicht der hier noch der luthero oder wie er heißt oder ja für in os suchst du bestimmte gegenstände ja für meinen derzeitigen auftrag benötige ich die krallen eines neppers aber keine einfachen krallen es muss schon was besonderes sein die krallen einer mächtigen bestie die viele männer getötet hat oder etwas derartiges wo finde ich es gibt ein paar hier auf der insel die meisten hausen jedoch im minental und was springt für mich dabei raus ich kann dir einen ring der unbezwingbarkeit besorgen ich werde mal sehen was ich machen hört sich interessant an sag mal was du verkaufst krank der geschwindigkeit ja nehme ich mit so die beiden bücher hätte ich natürlich vorher wissen müssen 2501 vielleicht das nächste mal weil die geben auf ein hand und zwei hand noch mal attribute drauf ich glaube fünf oder so so salandriel genau dann hast du hat ein feuerregen dann haben wir erstmal ein paar tränke so dann speicher ich hier jetzt drauf verlassen und dann werde ich jetzt wie gesagt in der pause also jetzt direkt im anschluss zwischen den folgen ich werde ich noch mal runter in die kanalisation gehen weiter bei dem bill ja schreien beten gucken wie weit man das machen kann irgendwann muss ja dann kommen maximum erreicht oder so und dann sehen wir uns in der nächsten folge wahrscheinlich und in der kanalisation wieder vor dem bill ja schreien ja ich bedanke mich bis hier recht herzlich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao